Sie wissen, wer der Attentäter ist? Henning Lanz, ein Kollege, Kriminalhauptkommissar. Warum will Lanz Ihren Klienten umbringen? Das weiß ich nicht. Aber Sie hätten den Scheiß hier verhindern können. Polizei, einsteigen! Alle Sachen. Frau Kur weiß, wie der Mann tickt, kann sein Motiv aufdecken. Nur so finden wir Henning Lanz. Die eine Frau Ihres Teams bringt meinen Vater ins Grab. Der andere wollte mich heute umbringen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie absurd das ist?